Eine neue 3-Zimmer-Penthaus-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich im Kreis Darmstadt-Dieburg. 2014 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Das Haus hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Bei einer Wohnfläche von ca. 122 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Penthaus-Wohnung auf 1.800 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017